Hallo und herzlich Willkommen ich bin Jan und Heiter im Ball und mit dabei ist Pascal und Michi und Alex wir spielen ein Freundschaftsspiel ich bin im Tor, Pascal spielt alle Michi spielt ZDM und Alex bestimmt zu uns wir spielen gegen den Verein den ich gerade nicht lesen konnte ein Freundschaftsspiel LB-O ist auch heißen will und ich hab erst mal ne verbackte Kamera ah ok jetzt nicht mehr und es regnet auch sehr schön immer wieder aufnehmen yes und so soll es losgehen so ist was Karl verdammt noch mal gesagt hat wir zerstören die auswärts schuldig gut in deren eigenen TS BOOM ich hoffe mal dass die moralisiert und feuert die nicht mehr an ja wie gesagt also die haben uns auch äh direkt vorher gesagt also sie spielen eher sechste Liga zu dem Zeitpunkt wenn wir in der ersten Liga ich weiß es nicht natürlich in welcher Liga die Wurz spielen vielleicht spielen die ja auch in der ersten Liga nur wenn wir so das kräfte Verhältnis auf die Zuschauer wissen die sind zu siebt wir zu viert eigentlich ein Vorteil für sie naja kann man das sehen wie man es will ne ja ist ein Vorteil für sie sieben Gute ist was Gutes aber bei uns war es ja auch früher Hau drauf ja 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 gut er ist auch gestolpert der Bauer lol wie weit stehe ich denn draußen ich habe mich gefragt dass wir gleich alle haben erst mal alle an gelbe Karte gelbe Karte wieder jetzt darfst du nicht mehr so viel vor Alter ohne Witz Leute ist das euer Ernst oh der geht rein ohne dass du dich so zurückhältst oh 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 ich weiß es denn dass Tobi auch leider nicht mehr mit ProClack gespielt hat das kann gut mit der Battlefield er spielt mehr Battlefield ja ich weiß ja ich weiß wir haben es noch nicht gesehen aber auch letzten Hattel habe ich es auch mit ihm gespielt ja ich weiß ja ich weiß ja ich weiß ich weiß Alter nicht so viel alleine machen da ist ein Digga alter auch was ist denn das Alter ohne Witz ja das sollte nicht so auf sich gehen das sollte schon auf einem anderen Bot gehen bleib im Sturm bleib im Sturm bleib im Sturm fertig am Nass ich mach das alleine alles andere alleine ähm ach Alter Digga boah ist das ein selbst gespielter Torhüter? ja oder? ja 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 selbst gespielt wenn man um nichts besser zu tun als wir felsen oder? nein nein du sagst ich mich Oh mein Gott, oh Alter, wie er sich durchtanken konnte. Naja, noch nicht über tanken, das ist gar nichts. Ah, der sollte auf dich gehen, Alex. Guck mal, ob ich mit denen draußen eine Linie gemacht habe. Ja, aber es muss einmal die typische Konstellation kommen. Boah, ist der bei der Handkontakt. Hab ich aber auch so gesehen. Die sind schon gut. Ja, das ist einfach Fall. So, schauen wir mal, ob ich den Freistoß lang will. Lass mich schießen. Warte, 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 warte doch nicht immer aufs Tor schießen. Da war gar nicht so schlecht. Soll das aber Gott. Sie sind aufgeregt, man merkt sich aber auch ein bisschen. Aber jetzt nach dem frühen 1-0. Was machst du da eigentlich? Vielleicht mal ein paar Spiele. Alex, spiel mal mehr dein Ding, weißt du. Und nicht sowohl, nee, einfach abziehen. Stinkt mir gerade ein bisschen witzig vorführen, habe ich so das Gefühl. Oh, Weyer ist da abgefälscht worden. Oh, Weyer, das ist unsere größte Schwäche. Nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Doch, 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 doch. Und weder kommst du raus, oder du hast ihn nicht. Die haben halt riesen, die haben halt echt riesen. Fahrverspieler haben hier. Und dürfen gehen. Danke. Nö. Ach, ne. Ah, ist gleich schon weg. Zeit, okay. Das ist extrem wie so ein Raumlaufhahn. Oh. Ja, sorry. Malerflach, was das bedeutet. Ich weiß. Jetzt. Schau. Schau. Nein, ich sehe wahrscheinlich jetzt auch schon drüben, wenn ich schon ein ziemlich aufgerei war. Alter. Olle. Das hätte ich echt nicht so komplett zu erwartet, dass der drauf schießt aus dem Enkel, aber... Wow. Ja, pur Offensiv halt. Ja. Vielleicht können wir sie dafür dann in der zweiten Halbzeit auskommen haben. Oh, eigentlich passt das Spielsystem. Ja, aber ich komm nicht vor. Robert. Stop. Der wäre auch ein Halber gewesen. Der hat in der Winkel gefolgt. Also wir sind besser, aber mal schauen... Ah, das war halt ein Traum, ne? Das war halt echt ein Traum. Das war halt echt, echt ein Traum. Ja, die haben ja Spielanteile, aber... Ja, aber auch ein paar Spieler mehr als wir. Ja, aber wichtig ist das Ergebnis und das zählt. Das Ding ist, wenn sie wollen, dass wir dann C-Plus mit dem 2-Spiel, dann geh ich ins Defensive mit Michi und dann kommen sie überhaupt nicht mehr zum Tor. Da siehst du die Scheiß-Green nur fliegen, fliegen, fliegen. Wenn sie sich gleich aufregen, können wir das... Wenn sie sich gleich aufregen nach dem Spiel, weil sie verloren haben, haben... Wegen... ...wegen... ...den... ...zauwarten. Schön. So, jetzt schauen wir mal, dass wir ein Spielaufbau hinkriegen. Dann können wir das dann ganz einfach machen. Ich bin hier nicht so offensiv. Mit Defensive. Was machst? Ja, ich wollte den Pass haben nicht rübergekriegt. Spiel dein System! Der ist sowieso nicht durchgekommen durch den Dribbling, weil ein Botter vorbeizufahren mit dem Dribbling ist ein bisschen schwerer als gegen den Sohn. Es sind zwei Innenverteidiger, die selber spielen, ne? Ja, die bin ich ja vorbeigekommen und dann weiter botschen oder nicht. Oh mein Gott. Da ist'n du hin, Jan. Ja. Der Torwart spawnt grad irgendwie in dem Spiel. Der erste sollte auf dich gehen. Alter, Alter, Alter! Alter! Doch hätte hier mal Spaß mit den beiden. Ich bin unangenehm zu spielen. Ich bin unangenehm zu spielen. Ah, ist Regen. Ist so. Na. Ja. Was. Ach du! Passt! Rechts! Ach, schade. Oh Gott. Oh, Nantar. Der dreht sich. Oh, schade. Ja, wir haben ja Spieleinterview und der Typ kann nicht laufen. Hahaha. Oh, sehr, sehr stark. Ich kriege ihn nicht mehr. Ah, sorry. Alter, alter. War scheiße fast rein. Nö, war nicht scheiße. Da ist es so gewesen. Ja, richtig, aber ich habe mich entschieden, dafür vorher rein zu grätschen. Obwohl. Wirst du hier? Ich dachte, ich hätte ihn. Egal, egal. Stimmt. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Scheiß Regen, ne? Was ist denn? Was ist denn? Bremst du dabei, richtig? Was ist denn? Ich weiß, ein Ding hat mehr verstanden, der ja beinahe hat mich wieder mehr so... ...spick als verstanden, alter du Scheiß. Warte mir vor. Warte mir vor. Warte mir vor. ach du bist da vorne verloren wenn du den ball kriegst merke ich schon ich krieg dich auch nicht wirklich angespielt die stellen sich gegenseitig im bild alter mann sind das ballverluste ja toll schöner pass erste schuss ja mehr kriegst du auch nicht weil ich krieg dich du war machst einen typischen laufwege nicht wie du sie immer macht normalerweise aber da was heute schon mehrmals hin naah scheiß torwart oh mein gott ich hab nix gemacht nein hast du torwart ja weil das gibt sie wirklich offensiv stark sind sie nicht oder bei ecken sehr schön ich mache jetzt mal ein bisschen größer nein du machst dich kleiner alter und du bist schon mal 73 bis zu sehen ja dann bleibst du das ist die allstars gegen die abgezockten 0 zu 1 wir sind hier auswärts bei denen finde ich auf jeden Fall schön wahrscheinlich wird es noch ein Rückspiel geben und das wird ich dann in der nächsten Folge tschüss und auf Wiedersehen